Hallo zusammen, ich begrüsse euch zu meinem neuen Video von der Firma JB Car Project. Heute sind wir an einem ganz speziellen Ort und zwar sind wir hier in der Schweiz, genauer gesagt in Muttens, Kanton Baserland, respektive wir haben gerade die Kantonsgrenze, gerade da drüben ist Baselstadt, aber es geht eigentlich um dieses Gebäude dort hinten, man nennt es das Pantheon, es ist ein Forum für alle Liebhaber von Oldtimers und Youngtimers. Es wurde 2008 eröffnet, es hat einen Durchmesser von 50 Meter und ist wie eine Spindel gebaut. Was ihr da drin sehen werdet, das werdet ihr jetzt dann gleich in Bilder dokumentiert bekommen. Ich wünsche euch viel Spass, weil es hat wirklich absolute Highlights in diesem Gebäude. So, nun befinden wir uns im Innern des Pantheon. Die Idee hinter dem Pantheon Basel ist die Kombination einer Garage und einer Autowerkstatt mit einem Museum. Einerseits ist es der Abstellplatz für Oldtimer, die mehr oder weniger regelmässig gefahren werden und anders Teil des Ausstellungsraumes des Museums. Dadurch können private, sonst versteckte Sammelobjekte einer öffentlichen Publikum gezeigt werden. Zum Forum gehört die Classic Garage, in der die Kunden die Möglichkeit haben, professionelle Dienstleistungen rund um Oldtimer in Anspruch zu nehmen. So befindet sich dort eine Sattlerei, eine Lackaufbereitung und eine mechanische Werkstatt. Nun wünsche ich euch viel Spass und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut! Musik 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 Musik